Willkommen bei Hallo Schuster und hier habe ich ein Josef Seibel Modell Leistenform Maren und die Maren ist auch so eine von diesen typischen Seibel Formen, die zeichnet sich aus mit viel Platz hier vorne für den großen Zeh. Ihr wisst ja, dass ich immer wieder davon spreche, den großen Zeh nicht zu viel Druck von der Seite geben, damit ihr keinen Halux Valgus bekommt und bei diesem Schuh hier habt ihr es nicht. Das funktioniert. So und außerdem funktioniert noch was, ich muss noch mal eine Lanze brechen für unsere deutschen Schuhhersteller. Wir haben ja nicht mehr so viele deutsche Schuhhersteller, aber die, die wir haben, die sind allesamt toll. Und bei der Firma Seibel, die ich ja nur auch kenne, weil ich da in Hauenstein schon mal war, mir die Gläserin im Werkstatt angeguckt habe, aus der Seibel Familie, welche ich kenne. Das ist, also ehrlich so mit Herzblut gemacht, eine Schuhmarke, ein Qualitätsprodukt, wo man richtig sagen kann, das ist ein toller Schuh, das ist ein gutes Preis-Leistungsverhältnis. Natürlich, dieser Schuh kostet 89,95 Euro. Selbstverständlich ist das viel Geld. Das sind 90 Euro. Da beißt die Maus nun mal keinen Faden ab. Aber, ihr bekommt für 90 Euro einen Schuh, der euch lange gut tut. Der ist ein zeitloses Design, der ist, also auch in 5 Jahren ist der so noch zu tragen. Und, er ist einfach gut, vom Material her, vom Design her, und wisst ihr, das ist genauso, wie soll ich sagen, als ob man sich ein Auto kauft, das 20 Jahre hält und fährt es auf. Das Auto muss ein bisschen mehr kosten, aber allalong, auf Dauer, ist die Geldersparnis viel größer, als mit vielen billigen Autos, die man in der Zwischenzeit kauft. So, und jetzt streicht ganz einfach Autos, macht daraus Schuhe und schon habt ihr das Ergebnis. Das hier ist ein toller Schuh. Er hat ein Webpelzfutter innen drinne, hat ein richtig schönes Nubuk-Oberleder. Die Sohle ist angenäht. Diese Laufsohle hier, die ist richtig abriebfest. Ihr macht keinen Fehler. Kauft!